wunderschönen guten tag meine abonnenten um meine drei freunde ja leben in thailand wer will denn schon zurück es hat hier viele vorteile und nachteile ich kann die alle aufzählen die vorteile und die nachteile ja fange ich erst mal an mit die vorteile ja erstmal ist das günstig als rentner in thailand zu leben und der klima mäßig ist gut wenn du asthmer hast oder du hast hautprobleme das ist sehr gut weil das eine luftfeuchtigkeit hier ist gut ist und so das ist gut für extrem und auch wenn zu atemprobleme ist thailand auch noch sehr gut was eine feuchte luft hat auch die feuchtigkeit ist hoch und wenn man auch was mit dem rücken hat die wärme tut auch ein gut man hat weniger schmerzen so wie bei mir ja nur wenn man zu viel arbeitet dann hat man das ja wieder ja das essen schmeckt auch gut thailändisch essen ja jetzt hat meine frau gekocht dann mal viele gefragt warum lacht sie nicht sie hat auch zu viel arbeit sie ist ja eine leiterin in der schule und das ist sehr viel arbeit aber nicht für mehr geld wie in europa ja wenn so kommen willst musst du das machen sie ist direktorin eine kleine schule sie unterrichtet und muss auch noch die papier machen auch das geld muss sie die muss strom davon bezahlen und alles reparatur und das ist viel arbeit viele kennt das system hier in thailand nicht und auch die hier in 30 jahren wo und die denken immer die kennt alle nein ich lerne auch tag und täglich was so viel von meine frau ja sie sagt immer hör auf mich ja habe ich teilweise nicht die merken teilweise ja aber man muss dann hören auch mit führerschein hat sich das auch geändert wieder das welche auch später die nachteile erzählen und so bei der immigration auch alles ja und ist sehr günstig man kann mit einer kleinen rente von 1200 bis 1300 alleine hier gut leben mit ohne große sprünge zu machen und das ist nur wer sparsam ist kann damit sehr gut leben das einzige was teuer ist das sind die papiere die 800.000 für ein rentner visum und 400.000 mein heiratsvisum das geht ja noch nur man muss das jedes jahr papierkram das sind die nachteile ja die nachteile sind auch so wie beim führerschein es ändert sich immer so früher kannst du hingehen hast du gleich jetzt wollen sie eine bestätigung von immigration haben adressbestätigung das hat einer auch schon gehabt und so er hat bezahlt gehst du zwei wochen später hin wenn du dein stempel drin hast bezahlst du gar nicht nur du bezahlst den führerschein ja muss ich ja neu machen ja muss noch ein und halb wochen warten damit in adressbestätigung gekriegt kriege ich habe ja ende mai meine stempel reingekriegt ohne probleme ja dann kriege ich mein fünf jahres führerschein endlich weil ich das jetzt haben will kriege ich wieder zwei jahre und sage ich warum soll ich das denn ich kann warten mein führerschein ist immer gültig und so noch trotzdem wieder abgelaufen ist die sagen nicht viel ja nachteil ist dass immer hier muss man viel unterschreiben und die qualität ist nicht so wie in europa man kann hier vieles vergessen hier geht alles nach ein zwei jahren kaputt es muss billig billig sein ja und abonnenten haben auch geschrieben schreibt auch die kilo preise wenn ich sowas sage ist immer der kilo preis es wird immer überall gerechnet weltweit kilo der preis ja nicht der fund sondern kilo weltweit ja man muss auch überlegen baue ich ein haus oder baue ich nicht aus du verlierst viel dass du alleine baust musst du es ein haben denn grundstück ist ein vertrauensmann muss so haben der den grundstück schreibt bist du verheiratet heißt das 50 50 wenn zu baust ja in thailand lässt sich die häuser nicht gut verkaufen aber keiner geld hat wer hat schon mal eine million mein grundstück habe ich jetzt schätzen lassen durch den makler der hat gesagt acht millionen mit zwei reihen mit die gäste aus carport und allem und dran und ja da sagt er auch ein schönes anwesen ja noch sage ich ja okay wenn man grundstück hat hat man viel arbeit bei zwei rasen jede woche besonders bei regen zeit jetzt ja das gibt immer viel arbeit um kraut wenn man die pflanzen hat ja gestern habe ich gedüngt ja das ist vieles sonst lebt sich thailand sehr gut das ist stressfrei man macht den stress selbst und ja man ärgert sich über die handwerker manchmal aber es geht man muss das über weg sehen wie heißt das selbst ist der man ja nächstes mal werde ich noch einen bambu holen schwarzen bambu da sind die nicht grün die schwarzen bambu und die blätter sind auch grün nicht schwarz und mal gucken wo ich das hin pflanzen kann sagt meiner frau auch schon wo wir das hin pflanzen ja mit dem zaun habe ich mir auch vorne anders gedacht da mache ich so ein blech zaun da lasse ich die erde ein bisschen ausschütten ein hang davon komplett sound bekommt dann da auch eine hätte hin wie vorne war mein carport die lasse ich denn auf dem meter hoch wachsen wenn die geschnitten dann hat das genauso dem blech ist auch ein meter hoch marie können die hunde nicht rüber und so und das ist sowieso in hang die leute können ich rüber ja es ist günstiger leute kriegt man nicht und ich brauche nicht mehr so viel arbeiten das ist das das geld spielt keine rolle nur meine frau sagt mir ich soll nicht so viel arbeiten und ich laufe auch nicht lange hinterher dann muss man andere ideen haben sag ich ja denn nächste woche welche dann auch mit ihr nächsten monat oder übernächsten monat lasse beton kommen bevor es kritik in regenzeit anfängt im september oktober ist das der mit vorne wenigstens weg ist und die betonplatte fertig beim gäste haus und dann den rest in einfahrt dann kommt der tür auch das lasse ich machen auch von jemand und so mussten kostenvorschläge holen und so ja denn das liegt noch ein bisschen die restarbeit davor danach kann ich ein bisschen ruhe die erde verteilen auf mein grundstück lasse noch vier lkw erde anfangen auch extra damit das verteilen kann volumen sind wo ein bisschen umweg ist eine böschung bisschen noch ja und dann muss ich das zu sehen dass er rasend ein bisschen schneller kommt damit das was regenwasser nicht die erde wieder abspült ja wenn es trocken ist hoffe ich nächstes jahr der kleine zulauf dass sie dann alles sauber machen kann ein bisschen schlamm rausholen kann ja und dann kann ich fische abfischen mal sehen wie groß sie sind aber sind schon große drin ja meine leute das war mal alles nächstes mal werde ich was anderes sprechen und ihr könnt auch mal vorschlagen was für themen anfang diese woche bin ich mein kuchen backen und habe ich das mal zeigen wie das ein teil kuchen geht das ist besser die mögen alle softy und das mache ich auch so ist mehr arbeit weiß es besser okay meine leute dann wünsche ich noch einen schönen wochen anfangen ja sie aus thailand bis nächstes mal schau